Moin Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal Learning by Watching. Und ja, wie ihr bestimmt schon heute die Titel gesehen habt, geht es heute mal um die Epoche der Weimarer Klassik. Falls euch für das Video heute interessiert, würde ich mich darüber sehr freuen, wenn ihr einfach bis zum Ende dranbleiben würdet. Und dann würde ich sagen, let's go mit dem Video. Kommen wir jetzt erstmal zu der Frage, was ist denn überhaupt so eine Epoche? Bevor wir uns natürlich mit der Weimarer Klassik beschäftigen, müssen wir erstmal den Grundbegriff erklären. Und zwar ist eine Epoche ein Zeitabschnitt in der Geschichte. Im Fach Deutsch spricht man häufig von einer Literaturepoche. Also eine Literaturepoche zeichnet sich häufig eher daran ab, dass man sich eher mit der Literatur beschäftigt, als mit den geschichtlichen Hintergründen. Klar sind die geschichtlichen Hintergründe für die Literatur wichtig, jedoch steht die Literatur in den Literaturepochen doch im Vordergrund. Die Literaturepochen zeichnen sich außerdem an ihren Merkmalen ab. Also man grenzt diese Epochen an den Theaterstücken bzw. Gedichten ab, die sich dann eben häufig mit den gleichen Themen beschäftigen. Also ist hier auf jeden Fall das Thema oder die Art, wie ein Theaterstück oder wie ein Gedicht geschrieben ist. Auf jeden Fall wichtig, um Literaturepochen einzugrenzen. Die Themen sind häufig wichtige Themen der Gesellschaft, die dann auch zum Teil die ganze Gesellschaft beschäftigen zu der Zeit der Epoche. Und wichtig ist ebenfalls noch zu wissen, dass es acht große Epochen gibt, aber viele weitere kleinere Unterteilungen. Also man kann das Ganze theoretisch auch wahrscheinlich nur unendlich viele Teile unterteilen. Jedoch gibt es eben acht große Epochen, die wichtig sind auf jeden Fall zu wissen, da die im Deutschen fast immer vorkommen und man mindestens einmal aus jeder Epoche ein Gedicht analysieren muss. Kommen wir nun zu den Merkmalen der Weimarer Klassik. Die Weimarer Klassik ging von 1786 bis 1832. Außerdem orientierte sich die Weimarer Klassik ziemlich stark an der antiken Literatur. Großen Einfluss auf die Epoche hatte die französische Revolution auf jeden Fall, die zu dieser Zeit viel in Europa bewegt hat. Die größte Bedeutung für die Literatur hatten auf jeden Fall die Motive der französischen Revolution. Das sind einmal Brüderlichkeit, Freiheit und Gleichheit. Des Weiteren konzentrierten sich die Werke der Weimarer Klassik auf die Harmonie und Menschlichkeit in der Gesellschaft, was dann eben auch dazu führte, dass es keine dunkle Epoche in dem Sinne ist, sondern eher eine Epoche, die von Friede und Freude und von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit zeugte. Kommen wir nun zu den hauptsächlichen Themen der Weimarer Klassik. Erstens das Individuum kann eigene Entscheidungen treffen. Also hier wurde in den Vordergrund gestellt, dass jedes Individuum einzeln betrachtet werden muss und einzelne Entscheidungen bzw. eine eigene Meinung hat. Der zweite Punkt ist das Anstreben von Toleranz, Vollkommenheit und Humanität. Das ist so ein bisschen jetzt in unserem Weltbild heutzutage. Also man akzeptiert jeden Menschen so wie er ist. Er ist vollkommen und er ist eben an sich schon ein Mensch, egal was er macht, egal was er ist oder egal was er denkt. Der dritte Punkt ist, dass die Kunst bzw. auch die Literatur die gleiche Bedeutung haben soll wie die Wissenschaft. Hier ist wichtig, dass es dann eben auf eine gleiche Stufe gesetzt werden sollte. Das hat sich auch ein bisschen gewandelt, zum Beispiel in Zeiten der Aufklärung. Jedoch hier sollte wieder die Besinnung zur Literatur kommen bzw. zur Kunst kommen. Kommen wir nun zu den wichtigsten Werken und Schriftstellern aus der Zeit. Hier haben wir einmal Friedrich Schiller, der hat zum Beispiel Maria Stuart 1800 geschrieben und natürlich auch Wilhelm Tell 1804. Dann natürlich noch Johann Wolfgang von Goethe, hat Faust 1790 geschrieben und die natürliche Tochter 1803. Das war es auch schon mit dem Video. Falls ich euch geholfen habe, würde ich mich sehr über ein Abo und über ein Like freuen und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein und ciao.